Hi, herzlich willkommen auf tubalernen.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und heute sind wir schon an Tag 29 der 30-Tage-Buzzing-Challenge. Und für heute habe ich mir nochmal eine Übung überlegt, mit der wir nochmal richtig schön die Höhe trainieren. Und die ist gar nicht so einfach, denn wir spielen einen Dreiklang plus die 6., dann wieder runter und dann hoch auf die Oktave. Das Ganze klingt dann so. Ja, das ist natürlich eine etwas längere Übung auf jedem einzelnen Ton, auf jedem einzelnen Dreiklang. Und deswegen brauchst du eine gute Stütze und musst vor jedem einzelnen Mal gut atmen. Dann legen wir doch gleich los. Auf geht's. Von hier. Von hier. Von hier. Okay, zum D gehen wir auch noch. Schon schwierig. Bis zum S. Ja, und das E nehmen wir auch noch mit, bis zum E1 nach oben, das ist schon echt hoch. Hui, das war anstrengend. Ja, das war es mit Tag 29, morgen der letzte Tag, bei der 30-Tage-Buzzing-Challenge. Da werde ich mir nochmal eine schöne Übung überlegen, mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht spielen wir einfach mal ein Liedchen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Üben. Wie gesagt, wenn die Übungen dir zu schwer sind, nimm das Mundstück dazu, aber das weißt du ja mittlerweile, wenn du schon an Tag 29 bist. Lass mir doch bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal unten drunter. Und ja, ich freue mich auch, wenn du hin und wieder mal auf meiner Seite tubalernen.de vorbeischaust. Ja, dann viel Erfolg beim Üben und tschüss. Ja, dann viel Erfolg beim Üben und tschüss.